Hey Leute, ich habe mir für euch mal was Neues überlegt und ja, seht doch einfach selbst, ist nur ein kleines Beispiel und ja, viel Spaß. Ja, das Ganze war ja wie schon am Anfang gesagt ein kleines Beispiel, was ich jetzt mit euch vorhabe. Und zwar könnt ihr mir zu der eingeblendeten E-Mail-Adresse, die ihr gerade seht, eure besten Plays in League of Legends schicken. Und ja, dann werdet ihr auch so bearbeiten, so ein Video, da seid ihr auch in so einem Video halt drin. Und ja, wer die meisten Punkte bekommt, kriegt am Ende des Septembers eine 10€ Payser-Karte, also das läuft so ab. Ihr kriegt für, also je besser das Video ist, also je besser ihr den Play gemacht habt, desto mehr Punkte bekommt ihr. Und ja, also, falls ihr schon mal irgendwie geile Plays gemacht habt oder jetzt Plays vorhabt, einfach per Video, einfach den YouTube-Link per E-Mail schicken oder einfach das Video gleich mit der E-Mail weiterschicken an mich. Und ja, dann werdet ihr vielleicht der Sieger des Septembers sein, ich werde das jetzt jeden Monat so machen, glaube ich. Also wenn es gut läuft, dann machen wir das den ganzen September, äh, ab September denn jeden Monat. Ich will jetzt erstmal im September testen, wie das so ankommt bei euch. Und ja, also, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Plays aufnehmen, falls ihr drauf Bock habt und ja, ich würde sagen, tschau Leute.